Leute, das ist ja gar nicht so schwer das ist gar nicht so schwer, warum sagt mir das keiner er war zu niedrig da muss nur höher vertreppen, vertreppen muss höher ja, ach so, ja, klar 3, 2, 1 wuhuhu wuhu wuhu halt's Maul so da hatte der somoduro seinen zweiten wheelie fell aber gehört dazu und man lernt daraus naja daraus kann ich nie viel lernen aber bringt jetzt auch nichts nichts zu tun ich bin einfach zu schnell hoch und bin abgerutscht das kann passieren von 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 Oh 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 Sieht voll geil aus Sieht voll geil aus Oh Sieht